Aber wir können auch wohl davon ausgehen, dass zum einen, ja das ist natürlich sicher, dass Raven Beak noch wesentlich gefährlicher ist als wir, was unsere Ausrüstung angeht und zum anderen, dass er vielleicht auch noch möglicherweise irgendwas in der Hinterhand hat, was uns den Tag versaut. Aber zumindest erstmal hat er ja gar keine Chance an unsere DNS zu kommen, weil die ganzen Ambys ja deaktiviert sind. Von daher, ja, dürfte das erstmal für uns nicht so das Problem sein. Ah ja, okay, da ist noch was. Aber ich gehe mal auch davon aus, der wird sich nicht kampflos geschlagen geben, oder? Naja, wir werden sehen, hier können wir jetzt erstmal hier diesen, das hier ist der Weg, den uns QuietRope geöffnet hat, der uns zu einem Kartenraum führt und wohl auch dann zu irgendwas, was verborgen bleiben sollte. Oder was man nur durch Nutzung dieses Terminals da in diesem Art Kontrollraum, wo er war und wo er auch die Emmys deaktivieren konnte. Was man von dort aus nur öffnen konnte, eben, um diese Geheimhaltung aufzuheben. Naja, wir werden es sehen. Ist auf jeden Fall ein ziemlich großes Gebiet, in das wir jetzt hier gelangen. Da würde uns jemand vollrotzen. So, hier können wir uns erstmal einen neuen Weg fahren. So, äh, ja, da unten. War sowieso noch alles unter Wasser. Macht's wahrscheinlich jetzt auch nicht viel Sinn, da erstmal da runter zu gehen. Ah ja, da kommen wir durch und hier. Und da oben blinkt jetzt auch was auf der Karte. Was ist irgendwas? Oh ja, ein 10er Pack Missiles ist da versteckt. Da sag ich nicht nein. 123 da jetzt an Vorrat zu haben, das, äh, hört sich, hört sich gut an und liest sich auch gut. Äh, ja, okay, unsere, also die Fusion Missiles haben wir nicht. Das sei noch dazu gesagt. Wir haben ja draußen das beste Wetter überhaupt. So, okay, das ist jetzt, da haben wir uns jetzt eine Abkürzung, äh, geschaffen. So nach bestem, nach bestem Demon's Souls Level Design. Erst einen langen Weg gehen, dann findet man eine Tür oder einen Durchgang, der einen für spätere Male dann den Weg ein wenig verkürzt. So, äh, jetzt da, warte, okay, dann schauen wir erstmal hier oben. Da ist lediglich die Statue, um unseren Energievorrat aufzufüllen. Aber das machen wir auch mal, auch wenn wir nicht so viel eingesteckt haben. Aber ja, wer weiß, ne? Wer weiß, wann wir, wann und wo wir hier dann mal wieder ans Helle gehen müssen. Na ja, okay, dann eben so im Sprung. Ja, sind, sind wir doch sehr mobil mit unserem Konterangriff in diesem Spiel. Bei einem Sprung konnte man ihn in Simos Returns auch ausführen, nur halt so nicht so elegant im, äh, aus dem Lauf heraus. Aber na ja. So. Oh, und das sieht nach einer gefährlichen Tür aus. Also dürfen wir wohl davon ausgehen, irgendwas Gefährliches wartet hier wohl auf uns. Was ist das? Es ist auf jeden Fall schon mal extrem scheiße, dass wir gegen das Ding unter Wasser kämpfen müssen. Oh, und es schaltet auch den Strom für irgendetwas ab mit diesem komischen Tentakel. Das heißt, wir müssen den Strom irgendwie wieder aktivieren, wahrscheinlich, indem wir dieses Tentakel bearbeiten. Ja, und jetzt... Ah ja. Ja, das ist ein Gerät, um das Wasser abzusenken. So, und dadurch, wenn wir das machen... Dadurch können wir jetzt das Ding hier mal schön bearbeiten, aber... Ach, scheiße, das ist ja ein Konterangriff. Naja, okay, dann vielleicht beim nächsten Mal. Wir sollten aber auch aufpassen, diese Angriffe, vor allen Dingen diese hier, die machen gut Schaden. Und natürlich können wir den auch so gerade mal unter Wasser ausweichen, mit unserem Minisprung hier, aber... Bisher läuft es ja. Auch ein interessant desiginter Boss, wie ich finde. Denn, äh, der zeigt einen... Ach, scheiße, jetzt habe ich das hier abpennst. Und, äh, der zeigt einen, ja, so ungefähr schon, wie man vorgehen muss. Ähm... Ohne jetzt aber, äh, was Spezifisches da, äh, zu verraten. Und ja, äh, dass diese Tentakel da ziemlich viel Schaden machen, da spreche ich aus Erfahrung. Äh, äh, äh... Und da haben wir ihn. Wow. Das, äh... Ging schnell. Ich bin, äh, begeistert. Ich übertreffe mich noch selbst. Hahaha. Das als Casual Gamer, ne? Aber gut, ähm... Ja, der scheint nicht mehr aufzustehen. Und, oh, wir fallen hier mal einfach durch den Boden. Und wo sind wir hier? Ah, ja, okay. Drogeiger heißt das Ding. Na ja, okay. Hauptsache, wir haben es vernichtet. Und das auch noch relativ zügig. Hätte eventuell, wenn wir diesen Konter gelandet hätten, sogar noch schneller gehen können. Aber, ähm... Ne, alles gut. Ach, scheiße. Ähm, ja, alles gut. Lief ziemlich gut, muss ich sagen. Hahaha. Und, äh... Ach, da unten... War noch was, aber da kommen wir, glaube ich... Ne, kommen wir nicht ran. Kommen wir so leider nicht ran. Wegen dem ganzen Wasser, aber gut. Müssen wir halt auf zwei zusätzliche Missiles verzichten. Ach, scheiße, jetzt sind die Gegner hier wieder respawned, ne? Aber okay, alles gut. So, wie Spider-Man schwingen wir uns mit unserem Netzlasso da entlang. Naja, nicht ganz, aber so ähnlich. So, und abspeichern. Das ist durchaus mal eine gute Idee. Habe ich, äh, definitiv nichts dagegen. So, und, äh, ja, ein Aufzug in neues oder altes Gebiet. In neues Gebiet. Und, äh, das nennt sich Gavoran. Okay. Da wollte uns Quietrope also hinführen. Mit dem Öffnen dieses Tors. Also, dann auf ins Unbekannte. Bin gespannt, was uns hier, was uns hier erwartet. Aber gleich nicht nur gespannt ist, weil man ist ja auch aufgeregt, was es hier so alles zu erkunden gibt, nicht wahr? Oh, und ich wollte gerade sagen, äh, ist das hier das Utapar-System? Denn dieses eine Vieh hörte sich so an wie das Reittier von, äh, Obi-Wan. Oh, ähm, Missals, ja, die werden wir leider auch nicht kriegen. Der Flash-Shift funktioniert unter Wasser nicht. Naja, gut. Dann, äh, heißt es jetzt so Welcome to the Jungle. Und, ähm, dieser Dschungel wird, äh, dürfte wohl kein, äh, Ponyhof sein. Aber gut, dass wir hier eine goldene Statue haben, denn unser Missal-Vorrat ging so ein bisschen in die Knie. Hm. Ähm, das ist eine grüne Tür. Die wird allen Metroid-Veteranen bekannt vorkommen und auch, dass wir sie nicht öffnen können. Noch nicht. So, äh, zwei, oh. Zwei Wege wollte ich gerade sagen, aber dann kommt dieser... ...gottverdammte Chozo-Soldat zurück. Ach, scheiße. Ach, Mist, jetzt habe ich den Konter verpennt. Scheint wohl eine Gegenmaßnahme zu sein, die der gute Ravenbeak... ...verdammt nochmal, ey. ...die der gute Ravenbeak, äh, Massen produziert hat. Das ist hier nicht mehr allzu viele Fehler erlauben. Ich glaube, der kann auch nicht mehr allzu viel... ...und kaum sage ich das, äh, geht da drauf. Kann auch nicht mehr allzu viel einstecken. Sehr gut. Oh ja, und diese ganzen kleinen Viecher da oben, die kommen mir doch sehr gelegen. Denn die helfen uns, unsere Lebensenergie, die wir hier ziemlich... ...die wir ziemlich viel verschleudert haben... ...bei diesem Chozo-Soldatten, äh, wieder aufzufüllen. Und auch die nächste Emi-Zone. Aber wir müssen ja eigentlich keine Angst mehr davon haben. Denn die Emmis sind ja deaktiviert. Und durch die Tür kommen wir nicht durch. Und da hinten ist er. Ja, tatsächlich, der rührt sich nicht. Na dann, äh... ...I don't mind if I do. Okay, Vorräte sind aufgefüllt. Wir sind gut im Geschäft. Und, oh, Adam hat mal wieder Neuigkeiten für uns. Also dann, äh, immer raus mit der Sprache. Und wir, wir laden. Samus, du näherst dich der Oberfläche. Diese Zone, Kavoran, scheint ein unterirdischer Wald zu sein. Unterirdischer Wald, na dann. Die Emi wurden deaktiviert. Aber Redenbieg ist immer noch hinter deiner Metrol, die Endes her. Ich habe das Video von eurer Begegnung nach deiner Ankunft erneut angesillen. Und das bedeutet... Ja, das macht mir Mut. Warum hat die Feltenbieg bei eurer Begegnung verschwunden? Ihr müsst einen Grund dafür gehabt haben. Das ist eigentlich eine gute Frage, weil... Er hätte die DNS hier durchaus auch unser Leiche, äh... ...abnehmen können. Oder etwa nicht. Naja, nutzt nichts darüber zu spekulieren. Wir müssen weiter voran und sehen, dass wir an die Oberfläche kommen. Und LM sagte ja, wir... Und wir können... Nicht nur LM sagt das, sondern wir sehen es auch auf der Karte, dass wir da auf einem ziemlich guten Weg sind. Ne, da kommen wir nicht durch. Ah ja, okay. Jetzt kommen wir nur nicht mehr zurück. So, aber den Aufzug können wir runter bewegen. Und wir hatten noch ein Zehnerpack Missiles auf uns. Können wir das irgendwie kriegen? Äh, von dieser Seite nicht. Ne, wäre auch ein bisschen zu einfach, oder? Oh Gott, und was ist das für ein fliegender Wal? Ne, dann nehme ich mal lieber Abstand. Dann seh mich erstmal hier rum. Oh, da kommen wir durch. Sehr gut. Und da ist noch Mut. Die Tür. Da freue ich mich doch immer sehr, sehr gerne drüber. Und da kriegen wir Super Missiles. Sehr schön. Ja, der Schlüssel für die grünen Türen. Wie immer, ne? So, eine stärkere Version einer Missile. Halte R und drücke Y, um zu schießen. Dabei wird Missile-Munition verbraucht. Super Missiles können Super Missile-Panzerungen zerstören. Ja, in diesem Spiel ist das so, dass Super Missiles nicht durch ihre eigenen Container verbraucht werden, sondern quasi in diesem Spiel als Upgrade für die normalen Missiles herhalten. Und auch mit der Munition verschossen werden. Und ja. Ja, dadurch können wir jetzt eben auch diese Türen öffnen. Und ja, hier sind wir jetzt an dem Raum. Hier können wir, um da hochzukommen, können wir den Bomben-Sprung verwenden. Ich glaube, der Speedbooster wäre auch möglich, aber hey, wir machen es mit dem Bomben-Sprung. Weil ich das vorhin schon in dieser einen Situation angesprochen hatte. Und hey, dafür holen wir uns noch ein neues 10er-Pack Missiles. Da sage ich nicht so nein. Und okay, dann können wir eigentlich da hinten in diesem Raum, wo dieser riesige Wal drin war, weitergehen. Der irgendwas, äh, aufsaugt. Keine Ahnung was. Wird wahrscheinlich schädlich für uns sein. Haha, Spoiler-Alarm, es ist es. Aber gut, ja, mit Super-Missiles können wir auch dieses komische Gewächs nicht zerstören. Mit Super-Missiles können wir ihm aber mehr Schaden zufügen, also diesem riesigen Wal. Und hier ist ein weiterer Aufzug. Geht da jetzt noch ein bisschen Schlag auf Schlag, aber hier kommen wir erstmal wieder zurück nach Dairon. Höchstwahrscheinlich auch in einem Gebiet, wo wir noch nicht waren oder was wir vielleicht gesehen haben und noch für uns noch nicht zugänglich war. Ja. Erstmal einen ordentlichen Schluck. Dehydrieren ist nicht so cool. Naja. Da sind wir wieder und, äh, okay, ist... Jetzt mal aus... Ah ja, doch, okay, ich wollte gerade sagen, das wird bestimmt nicht irgendwie so ein versperrter Raum sein. Da geht's nur wieder in... ...ein Bereich mit Niedergattung der Akkultur. Und hier... Da oben liegt eine Energieeinheit, aber wir kommen hier nicht nach oben. Okay, das heißt also, dieser Weg war... ...vollkommen umsonst für uns. So wie es aussieht. Ja. Da bleibt uns nur noch der Weg, äh, wieder zurück. Dann sind wir hier wohl, äh, falsch abgelehnt, obwohl ich guck mal gerade, vielleicht ist hier links irgendwo noch was. Ich weiß es gerade auch so nicht mehr, aber sieht nicht danach aus. Ne, okay, dann gehen wir einfach mal wieder zurück. Ähm, dürfen wir nochmal eine schöne Ladezeit genießen. Ich sollte mir das, äh, bei diesen... ...in Anführungszeichen Fehler, habe ich auch, äh, die vorherigen Male immer gemacht. Ich sollte mir das einfach mal merken, dass, äh... ...dieser Aufzug hier, wenn wir das erste Mal da sind, äh... ...in eine Sackgasse führt. Höhöhöhö.